Bush Talk. Dein Podcast für Survival, Buschkraft und Gier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz und Lars Konarek. Ja, schön, dass du wieder da bist, lieber John. Was gibt's Neues in der Schweiz? Tja, was gibt's Neues? Kann ich dir gar nicht so aus dem Stichreif sagen. Es regnet mal zwischendurch, dann ist es wieder schön, die Leute sind in den Ferien. Ansonsten alles beim Alten im Moment. Okay, das hört man gerne. In der Schweiz ist was los, wie ihr feststellen könnt. Ja, da geht der Punk ab. Ja, wie sieht's bei euch aus in Deutschland? Habt ihr was Spannendes? Bei uns ist alles hoffnungslos. Oh no. Ja, tatsächlich. Aber was ist passiert? Das wollen wir lieber nicht näher kommentieren. Okay, gut. Wir steigen ab in großen Schritten. Okay, okay. Aber es ist eine andere Geschichte. Wir sind ja hier bei Bush Talk im Wald, bei der Natur, bei tollen Überlebenstricks, bei weltbestem Know-how, bei schönen friedlichen Pflänzchen. Und wir haben für euch heute das Thema Pflanzen gegen Tiere im Portfolio. Und das ist ja schon ein ziemlich provokanter Titel, John, oder? Ja, das kann man sehr gut so verstehen, dass das was Gemeines sein könnte. Aber ihr werdet spätestens am Ende dieser Folge sehen, dass wir das eigentlich nicht böse meinen, sondern sehr zum Wohl von uns Menschen halt. Genau. Und wir werden heute einfach mal so ein bisschen einsteigen in ein interessantes Gebiet, wo wir eben so ein bisschen auf die Eigenschaften von Pflanzen eingehen. Weil in einer Überlebenssituation werdet ihr unter Umständen auch mit dem einen oder anderen konfrontiert werden, worüber ihr euch nicht freut. Also Parasiten, Würmer, Mücken und so weiter. Und wir geben euch heute die Lösung dafür. Ganz wichtig ist, nicht alles ist jetzt so super wirksam. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Sachen. Also Medizin hat ja irgendwo auch seine Daseinsberechtigung. Mückenschutzmittel haben teilweise auch ihre Daseinsberechtigung. Und auch wenn das ein oder andere gut wirkt, muss man in manch einer Situation vielleicht doch eben auf die chemische Keule zurückgreifen. Aber wenn es anders geht, nimmt man natürlich immer noch Rücksicht auf die Pflanzen und greift natürlich auf deren Wirkung zurück. War das jetzt böse, lieber John? Nee, das ist absolut richtig. Ich glaube, wenn man in einer Notsituation ist, hat man unter Umständen ja wirklich nichts dabei. Oder es geht aus und dann ist es von Vorteil, wenn man dann auf die Natur zurückgreifen kann, damit da das eine oder andere Problem beheben werden kann. Behoben werden kann, nicht beheben werden kann. Das ist wieder mal ein Deutscher aus der Schweiz. Es gibt ja so kleine Plagegeister, die kennt ihr alle. Ihr liegt ganz romantisch im Wald unter eurem Schelter. Ihr habt euch eine weiche, kuschelige Unterlage gebaut. Das Feuer lodert vor euren Augen. Die Augen werden schwer. Ihr seid kurz vorm Einschlafen und plötzlich nehmt ihr ein wirklich perverses Geräusch wahr. Das habt ihr alle schon mal gehört. Genau, im Hintergrund nähert es sich schon. Das hat John simuliert gerade den Moskito und das ist wirklich ätzend und lästig und wer schon mal irgendwo in einem Gebiet war, wo wirklich eine Mückenplage ist, der weiß, das braucht kein Mensch. Das ist wirklich krass. Und da gibt es aber seitens der Natur so ein bisschen Unterstützung, wie man gegen die Viecher vorgehen kann, beziehungsweise wie man so ein bisschen vorbeugt gegen den Angriff von diesen Stechmücken. John, was haben wir da im Repertoire? Ja, eines, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist der Rheinfarn. Ah ja. Ja, Rheinfarn ist eine Pflanze, die leider nicht überall vorkommt, respektiv meistens findet man ihn natürlich dann nicht, wenn die Mücken da sind. Aber es gibt Gebiete, wo der sehr groß oder sehr weit verbreitet ist. Und der Rheinfarn ist eine Pflanze, die hat so eine goldene, gelbe Dolde obendran. Und ja, sieht ziemlich speziell aus, als wenn man den mal kennt. Wie so eine strahlenlose Kamille, bloß ein Übergross, gell? Genau, richtig. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Und das ist eine Pflanze, die man sehr gut einsetzen kann, quasi als Abwehrmittel im Camp oder auch an sich selbst. Dort muss man einfach das eine oder andere beachten, weil das ist eine giftige Pflanze, die hat Dujon drin. Und das ist, wenn man das über die Atemwege durch Rauch zum Beispiel aufnimmt, kann das Vergiftungen auslösen. Und man sollte das natürlich nicht auf die Haut auftragen. Also direkt den Pflanzensaft sozusagen. Genau, richtig. Es gibt da eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man den Rheinfarn einfach erntet und dann um den Schlafplatz oder dem Schelter ausbreitet. Das hat schon mal eine gewisse Wirkung, damit die Mücken und Parasiten abgehalten werden. Und wenn man es ganz hart will, dann nimmt man dieses Kraut und schmeisst es ins Feuer und wälzt sich, also nicht im Feuer, sondern im Rauch dann. Man dreht sich im Rauch. Wichtig ist da zu beachten, dass man auf keinen Fall den Rauch einatmet, weil dieser eben mit diesen Giftstoffen versehen ist. Und ganz wichtig, schwangere Frauen dürfen auch nicht von dieser Pflanze, ich sage jetzt mal, berührt werden im Sinne auch von diesem Rauch, weil das unter Umständen auf den Fötus Einfluss haben könnte. Ui, schon eine wichtige Information. Die zählt ja, glaube ich, zu den größeren Themen der Rheinfarn irgendwie, glaube ich, biologisch. Und die riecht ja auch sehr ätherisch. Wenn man davor steht und schnuppert dran, dann merkt man ja schon diese ätherischen Öle. Praktizierst du das oft mit dem Rheinfarn, wenn du jetzt draußen in der Wildnis unterwegs bist, wenn du ihn mal findest? Also, wenn ich ihn finde, auf jeden Fall. Also, den lege ich wirklich in der Nähe von meinem Kopf, weil normalerweise bin ich am Schlafsack unterwegs. Und dann habe ich den Körper geschützt vor den Mücken, aber das geschieht natürlich nicht. Und ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht und ich nehme da einfach einen Teil vom Pflanzenbestand und dann zerknülle ihn ein bisschen, damit wirklich auch Oberflächenverletzungen an der Pflanze dann entstehen, damit diese Öle austreten können und lege die dann in die Nähe meines Kopfes her. Ah, sehr spannend. Okay. Jetzt hat man im Mittelalter auch noch eine kleine Pflanze genutzt. Die kommt sehr häufig im Wald vor, vor allem in feuchteren Wäldern. Der stinkende Storschen-Schnabel. Und das ist eine kleine, unscheinbare Pflanze mit so einer lila Blüte, wie sagt man, pink, violett oder? Ja, bei uns sagt man rosa. Rosa, genau. Rosa ist es auch vielleicht so ein bisschen. Und die wächst auch nicht sehr hoch, ist wirklich, wie gesagt, ziemlich unscheinbar. Und wenn man die zerreibt, dann riecht die penetrant. Es geht noch, also es gibt schlimmeren Gestank, aber sie riecht nicht gut. Und die hat man tatsächlich im Mittelalter auf die Haut aufgetragen und hat sie verrieben. Das Problem ist nur, es gibt wenig in der Fachliteratur, was jetzt da irgendwie hilfreich wäre, um euch das jetzt mitzuteilen. Vom Wirkungsgrad her oder die Dosierung und ob das schädlich ist, das wissen wir leider bisher noch nicht. Beziehungsweise wir haben die Quelle noch nicht gefunden. Vielleicht hast du noch eine Ergänzung, John, ich weiß es nicht. Nein, jetzt im Zusammenhang mit den Mückenschutzmitteln nicht. Aber es ist jetzt durchaus etwas, das ich auch selber testen würde und ausprobieren, wie das wirkt. Weil das ist für mich auch eine neue Information und ich teste, dass ich sehe, ob es irgendwelche Reaktionen gibt. Weil ich glaube, Storchenschnabel ist grundsätzlich ja auch verwendbar in der Küche. Also man kann das essen, weil der heiß stinkende Storchenschnabel einfach einen extremen Geruch hat oder einen eigenen Geruch. Aber ich würde ihn jetzt nicht als stinkend bezeichnen, weil für mich hat er eine Verbindung zum Kindsein. Wenn ich da irgendwo gespielt habe in den Hecken und so und diese Pflanze verletzt wurde, dann kam dieser Geschmack. Und das erinnert mich an diese Zeit und deswegen ist es für mich ein angenehmer Geruch. Das ist natürlich immer die Interpretation dann. Und in der Kinderheilkunde wird Storchenschnabel auch eingesetzt. Das heisst, als Tinktur könnte man ihn oder auch als Frischpflanze in ein Bad geben. Im Falle, wenn ein Kind zum Beispiel eine Schocksituation erlebt hat, ist irgendwo runtergefallen oder etwas Schlimmes erlebt, dann könnte man so das Kind auch behandeln. Und deswegen denke ich, das sollte kein Problem sein, wenn diese Pflanze auf die Haut aufgetragen wird. Aber ich teste es auf jeden Fall, sobald die Möcken wiederkommen. Die ist ja sehr groß, die Familie der Storchenschnabel, habe ich gesehen. Das gibt es ja acht oder je, so viele, Hunderte fast gefühlt. Also wer sich da biologisch mal verdingen will, der macht mal Wikipedia auf und dann sieht er die Übersicht. Da kann man sich in jeden einarbeiten, wenn man das will. Ja, jetzt hat uns der Moskito gestochen und es fängt an zu jucken. Es juckt ekelhaft und es nervt. Und was machen wir dann schon? Ja, möglichst nicht kratzen. Das ist ja immer die beste Variante. Denn wenn man sich kratzt, dann könnte man unter Umständen den Mückenstich aufkratzen, die Hautoberfläche aufreißen. Und wenn man das mit den schmutzigen Nägeln macht, wenn man in einer Survival-Situation keine hygienischen Bedingungen hat, dann könnte es eine Infektion geben. Und deswegen versuchen nicht zu kratzen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Deswegen brauchen wir eine Hilfe aus der Natur. Und da gibt es ein wundervolles Pflänzchen, das ihr fast auf jeder Wiese findet, in rauen Mengen. Oh, und jetzt würde man gerne wissen, was ist denn dieses Pflänzchen? Ja, das ist ein Plantago. Das ist ein Spitzwägerich. Ui, was mache ich damit? Spitzwägerich. Und die Blätter einfach ausreißen und dann zwischen den Fingern zerknüllen, so eine Kugel machen und dann merkt ihr, dass da ein Saft entsteht. Und dieser Saft, den kann man dann auf die Stiche auftragen und das lindert den Juckreiz. Genau. Und wenn ihr das mal ausprobiert, werdet ihr überrascht sein, wie gut das funktioniert. Das ist wirklich Wahnsinn. Das sind die Inhaltsstoffe in dem Wegerich. Ich glaube, das Alatoin heißt es. Ja, das war's. Alatoine. Ja, aber spielt auch jetzt keine Rolle. Könnt ihr euch einlesen. Also Entschuldigung, falls ich jetzt eine Falschinformation gestreut habe. Auf jeden Fall ist die Wirkung unbestritten und das ist tatsächlich ganz gut. Ich kenne das noch von früher, von alten Leuten. Die haben das teilweise in den Mund genommen, haben drauf rumgekaut und haben dann den mit Speichel benetzten Wegerich-Ball, den zerkauten, haben den dann auf die Wunde drauf gemacht. Aber das müsst ihr entscheiden, wie ihr es macht und ob das Sinn macht oder nicht. Also ich mache das so wie der John, ich zerknülle das Blatt und dann streiche ich dann das bisschen Saft, was da rauskommt, streiche ich dann auf die Hautstelle, auf den Stich drauf und das hilft wirklich, ja, merkbar. Ja, und übrigens mit dem Spitzwegerich gibt es noch eine ganz tolle Entdeckung, die ich gemacht habe und zwar, wenn ihr euch mit Brennnesseln verbrennt, außer Seen oder extra, je nachdem, was für eine Kur ihr da macht, dann könnt ihr auch mit dem Spitzwegerich-Saft die Verbrennung lindern. Also wirklich eine super Heilpflanze, was das anbelangt. Ja, und je nach Standort, wenn ihr Glück habt, stehen diese Pflanzen ja in unmittelbarer Nähe voneinander und dann könnt ihr euch mit Johns Tipp den Schmerz oder die Schmerzen lindern. Genau. Ja, vielen Dank, das ist cool. Gerne. Altes Wissen. Ja, altes Wissen neu entdeckt. Ich habe die Information eigentlich von einem Engländer gehabt, dass die Placke, also die Ampfer, eine der Ampfergewächse gut ist gegen die Brennnessel. Ich habe das ausprobiert und es hat für mich nicht funktioniert und dann habe ich irgendwann mal den Spitzwegerich ausprobiert und musste feststellen, dass es merklich hilft und wahrscheinlich wusste man das schon immer, aber ich habe es in irgendeiner Literatur irgendwo gesehen. Okay, spannend. Ja, rausgehen, ausprobieren, dann findet man es raus oder rein. Okay. Es gibt ein tolles Buch von Guido Fleischhauer und zwei anderen Autoren, das heißt Essbare Wildpflanzen, ist im AT-Verlag erschienen. Ist so ein Taschenbuch, ziemlich toll und da habe ich gelesen, dass man auch Meerrettich, der wächst ja teilweise auch wild, verwenden kann und da die Wurzel aufträgt auf die Haut und dass es dann, also auf den Stich und dass es dann durchblutungsfördernd wirkt und da stand aber nicht mehr dabei. Also deswegen… Muss man das nachher ausprobieren, oder? Genau, müsste man das jetzt mal ausprobieren, aber vielleicht zieht sich ja da irgendwas zusammen oder keine Ahnung, der Juckreiz wird vermindert, weil es dann halt so fett brennt. Ich weiß es jetzt nicht. Nein, das gilt es auszuprobieren, ja. Aber das Schade ist ja, also bei uns in der Schweiz finde ich sehr selten wilden Meerrettich, wenn ich ihn finde, bin ich immer extrem glücklich. Ich kenne einige Ställe, wo er wächst und wenn man ihn mal kennt und gesehen hat, dann kann man den auch gut bestimmen. Und es ist wirklich unglaublich, diese Wurzel, wenn man da reinbeisst, das ist ja so richtig scharf und aromatisch. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, weil es auch auf die Lunge wirkt, dass es eben auch auf die Haut wirkt, weil Meerrettich ist zerstreuend und in der chinesischen Medizin ist das eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, ein gutes Lungenmittel unter anderem und dementsprechend ist die Lunge mit der Haut verknüpft. Das würde jetzt zu weit führen, aber das könnte schon Sinn machen, dass das funktioniert, ja. Ich probiere es aus. Teilst mir dann bitte mit. Auf jeden Fall, ja. Wer schon mal wilden Meerrettich gefunden hat und da die Wurzel ausgegraben hat und dann ein minimales Stück gegessen hat, der kennt es vielleicht. Also das ist wirklich extrem scharf. Und sobald man da draufbeißt, merkt man, wie es einem in den Kopf zieht. Das ist ein stechender Schmerz. Und dann auf dem Scheitelpunkt da des Schädels, da zieht sich die Haut zusammen und das sticht und knallt. Das ist wirklich krass. Das ist ein Erlebnis. Ja, genau. Und dann fängt es auch sofort an, dass die Schweißproduktion einsetzt, wie wenn man irgendwie Chili isst. Und das ist schon, ja, ich würde mal sagen, extrem männlich, wenn man so eine Knolle verzehrt. Ja, genau. So verzehrt. Ich verwende einen Freund, der macht immer wieder mal einen Fisch räuchern. Dann räuchert er Fälchen. Und dazu holen wir den wilden Meerrettich und dann raffeln wir den und machen den mit etwas Rahm, also geschlagenem Rahm zu einem Mousse. Und dann ist es sehr, sehr angenehm, weil dann die Schärfe ein bisschen vermildert wird. Und das ist ein absolutes, tolles Topping für geräucherten Fisch. Klingt gut. Ja, ist absolut sensibel. Vielen Dank. Ihr seht, bei Bush Talk, diesem tollen Podcast, gibt es sogar noch Rezepttipps aus der Schweiz, vom Profi. Wie vielseitig wir doch sind. Unglaublich, ja. Das ist vielleicht auch die Kombination zwischen Deutschland und der Schweiz, die Nachbarschaftliche. Ja. Ja, da gehen wir sozusagen so eine Ländersymbiose ein. Wunderbar nicht. Klingt gut. So soll das sein. Ja, so soll das sein. Jedes Land miteinander verknüpft, dann hätten wir keine Kacke mehr. Genau. Die Kampfen wäre. Genau. Wir kommen mal zu Tieren, die uns nicht direkt schädigen, aber die vielleicht unsere Saat, unseren Anbau oder unsere Pflanzen, die wir verwenden wollen, schädigen. Und da gibt es so einen schlimmen Parasit, der krabbelt und der wird nicht immer in ausreichender Menge von anderen Tieren vertillt. Deswegen macht er die Pflanze dann irgendwo kaputt, nämlich die Blattläuse. Kennt ihr alle aus dem Garten oder habt ihr vielleicht schon mal in der Wildnis gesehen? Fiese Viecher, oder? Ja, wenn man natürlich seinen Garten liebt und pflegt und hegt und dann kommen die Läuse, dann ist das schon ärgerlich. Das ist eine Herausforderung, dann diese wieder wegzubringen. Und wenn man nicht gerade Rounduppers und Kacke an seine Esspflanzen schmieren möchte, dann ist es schon gut, wenn man dann ein natürliches Heilmittel für die Pflanze dann dementsprechend hat. Was nimmt man denn da, John? Gibt es da so ein Wundermittel, so ein Pestizid natürliches, was den Viechern den Garaus macht? Ja, es gibt tatsächliche Möglichkeiten. Wenn wir jetzt bei den Pflanzen bleiben, dann wäre zum Beispiel die Brennnessel ein sehr gutes Mittel. Ach. Brennnesseln, die kann man jauchen. Das heisst, man kann eine Brennnesseljauche machen, indem man Brennnesseln schneidet und dann in ein Fass hineingibt und mit Wasser auffüllt. Und dann lässt man das eine Art wie gären. Und dann gibt es so eine Suppe, die ziemlich stark riecht. Aber diese Brennnesseljauche kann man dann auf die Pflanzen draufspritzen, respektive auf den Läusebefall. Und das ist sehr hilfreich gegen diese kleinen Tiere. Wenn ihr mal so Hobbygärtner befragt, die nutzen das ziemlich häufig. Das ist so ein perfektes Hausmittel mit einem hohen Wirkungsgrad. Und natürlich auch biologisch ist ja auch wichtig. Bringe kein Pestizid aus, was ist auf chemischer Grundlage besteht. Tu also der Umwelt nichts. Und Brennnesseln findet man ja wirklich überall, wo der Mensch rumgammelt und sich verdingt. Und daher könnt ihr das alle kriegen. Man sieht das übrigens in der Brennnessel. Diese Wirkstoffe da drin, die jetzt das Brennen verursachen, das ist ja gegen Fraßfeinde. Und bei anderen Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel der Klette, da sieht man häufig so nach kurzer Zeit, wenn die Blätter austreiben, dann kommen Käfer und fressen Löcher in die Blätter oder andere Tiere. Und bei der Brennnessel, da sieht man das ziemlich selten, dass jetzt irgendwie jemand da rumnagt. Die hat einen perfekten Abwehrmechanismus entwickelt, die Pflanze. Im Laufe der Evolution. Ja, das ist schon noch erstaunlich. Was aber auch gut ist, wenn ihr so eine Brennnessel-Jauche macht, die könnt ihr auch nutzen, um zu düngen. Das ist ein super Dünger für die Pflanzen. Also die wachsen dementsprechend viel besser und geben natürlich dann auch einen besseren Ertrag. Also unbedingt auch da mal ein bisschen nachforschen. Ich empfehle euch da auf jeden Fall die Literatur von Wolf-Dieter Stohl. Er ist einer der, ich sage jetzt mal, renommiertesten Gärtner, gerade wenn es um die Balance geht zwischen Natur und Mensch. Kann ich nur empfehlen, seine Bücher gerade auch mit dem ganzen Dünger, weil der Dünger ist ja doch was ganz Wichtiges für den eigenen Garten. Und da hat er super Tipps. Also Wolf-Dieter Stohl eingeben und dann werdet ihr ihn finden. Wir werden für euch in den Shownotes auch diese Bücher, diese Literatur, die wir in dem Podcast benannt haben, verlinken, dass ihr auch dann direkt die bestellen könnt, wenn euch das Thema interessiert. Und glaubt mir, es sind wirklich gute und wertige Bücher. Es gibt ja viel auf dem Markt, aber Wolf-Dieter Stohl ist ja auch menschlich ein toller Kerl. Du hast ihn ja persönlich kennengelernt und der hat ja wirklich Wissen. Und da lohnt sich tatsächlich jedes Buch von dem Mann, dass man das mal liest, weil man einfach den Horizont erweitert und weil man so viel über Pflanzen lernt. Und das ist Wahnsinn. Okay, jetzt sind wir aber immer noch bei den Läusen. Jetzt habe ich ausfindig gemacht, dass man auch Ackerschachtelhalm gegen die Läuse einsetzen kann, die das wohl auch sehr wirksam ist und gegen Mehltau. Mehltau ist so ein Pilz, der sich dann auf den Blättern niedersetzt. Die kriegen dann so einen weißen Belag. Der ist natürlich nicht gesund und da hilft normal nur die chemische Keule. Aber ihr könnt es dann auch mal mit dem Schachtelheim versuchen. Genau, und Schachtelheim, auch da ist eine super Pflanze. Da würde ich schon fast wieder in Schwärmen kommen, was man alles machen kann damit. Auch mit den Inhaltsstoffen kann man auf jeden Fall sehr gut verwenden im Garten gegen diese Parasiten. Gut. Jetzt haben Pflanzen ja auch Inhaltsstoffe, die gefährlich sind. Ob das jetzt Alkaloide sind oder andere Inhaltsstoffe, wo wir eben als Mensch auch Schaden erleiden können. Und ganz wichtig, sammelt bitte keine Pflanzen, von denen ihr nicht genau Bescheid wisst, weil es kann sich unter Umständen rächen. Und je nachdem, wie man diese Pflanzen dann verwendet, kann es auch sein, dass man einen Negativ-Effekt hat und dass man sich teilweise die Gesundheit, wenn auch vielleicht nur temporär, ruiniert. Aber das ist ja das, was wir immer vermeiden wollen und auch vermeiden müssen. Es gibt ja verschiedene Pflanzengifte. Und jetzt mal ganz grob für euch nur mal so eine kleine Mini-Giftexkursion. Wir haben ja Gifte, die man oral aufnimmt und die dann tatsächlich zeitverzögert wirken, wie bei der Herbstzeitlose. Das heißt, ihr konsumiert diese Pflanze, fühlt euch noch gut und nach acht Stunden setzen die Vergiftungserscheinungen ein. Und ihr sterbt einen bösen Tod, weil das Gift schon an den Zellen angedockt hat und irreparable Schäden verursacht. Und ihr seid vielleicht unrettbar verloren. Es gibt Gifte, die wirken direkt, die wirken bei Berührung. Und da kommen wir nachher zu einer Pflanze, die ist ganz interessant. Die ist auch gegen große Tiere. Und diese Pflanze, wenn man da länger mit rumhändelt, da kann es passieren, dass das Gift bereits über die Haut in den Organismus kommt. Und dass es dann eben zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zur Schädigung kommt. Und es gibt Pflanzen, die lösen halt schwere Kontaktallergien aus oder Verbrennungen. Der Riesenbeerenklau als Beispiel. In einer schlechten Konstellation kann es sein, dass man starke Hautreizungen, Irritationen bekommt. Und deswegen fummelt bitte nur da rum an Pflanzen, die ihr auch wirklich kennt und eindeutig identifizieren könnt. Jetzt ist es zum Glück nicht so, dass jetzt ein großer Teil dieser Pflanzen diese Wirkungen hat oder diese Gifte, die jetzt für uns so schädlich sind. Aber ja, Teufel ist ein Eichhörnchen. Und wir wollen ja nicht, dass der ein oder andere von euch in der Notaufnahme landet. Was, der Teufel ist ein Eichhörnchen? Sagt man so, ist ein deutsches Sprichwort. Ah, krass. Ja, also sinngemäß ist der Teufel als friedliches Eichhörnchen verkleidet. Ah, wie der Wolf im Schafspelz. Ja, so irgendwie, genau. Und dann kommt es ja tatsächlich vor, das, was passiert, was normalerweise schwer vorstellbar ist, so sinnbildlich gesprochen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Cool, ja, ich glaube es dir. Okay, perfekt. Es gibt so Viecher, die werden länger, länger als andere Viecher. Ich sage jetzt den Oberbegriff Viecher ist jetzt biologisch nicht richtig, aber wir sprechen mal über Würmer. Würmer sind ja auch in der heutigen Zeit noch allgegenwärtig. Und ich spreche da nicht von Regenwürmern, sondern von Würmern, die man innerlich hat. Und wenn man Kinder hat, dann wird man auch irgendwann im Laufe des Wachstums mit diesen Würmern zu tun haben. Denn die meisten Kinder haben einmal in ihrer Kindheit Würmer, nämlich im Stuhlgang. Und das ist ja heute so ein Thema, was dann jeder so verschweigt. Und wenn man, ja jetzt nichts gegen die Mütter, aber Mütter machen ja da immer so ein Geheimnis draus, weil das ja irgendwie beschämend ist, wenn das eigene Kind Würmer im Stuhlgang hat. Und dabei ist das was ganz Normales und auch nichts Schlimmes. Das hat wahrscheinlich jeder, ja. Genau, und da kann man auch drüber sprechen, weil es kann sein, dass wenn die Kinder draußen im Sandkasten spielen und dann irgendwie ein bisschen Sand in den Mund nehmen oder wenn die irgendwas draußen im Wald angefasst haben und gehen sich dann mit den Händen in den Mund, was übrigens nicht schlimm ist, das ist eher förderlich fürs Immunsystem, kann es aber trotzdem sein, dass die den Wurm irgendwo bekommen. Kann auch vielleicht beim Spielzeug passieren, was jetzt irgendwie draußen steht und das vielleicht irgendwie auf irgendeine Weise kontaminiert wird. Und dann gehen die irgendwann auf Toilette und dann hat man im Stuhlgang tatsächlich Würmer, die man auch sich bewegen sieht. Die sind so groß, dass man die auch wahrnimmt. Ja, und da muss man was tun. Die sind jetzt nicht gesundheitsschädlich, aber man ist es eben nicht schön. Und dann geht man zum Arzt, bekommt man ein Medikament, dann ist das ziemlich schnell wieder Geschichte. Und das kann man in manchen Fällen jetzt unter Vorbehalt, es gibt natürlich auch verschiedene Würmer, aber in manchen Fällen kann man doch tatsächlich auf pflanzliche Nahrung, also pflanzliche Mittel zurückgreifen, die dann auch teilweise wirken. Genau. Ja, vielleicht noch vorweg, wenn man ein Kind hat, das solche Würmer hat und man schaut ja nicht jedes Mal in die Kloschlüssel, wenn das Kind reingemacht hat, diese Würmer, die kommen raus in der Nacht, respektive werden die Nanus verlassen und das beißt, also das juckt, nicht beißt. Ach, in der Schweiz aber bieße, aber es ist jucken. Und dann juckt das und wenn Kinder sich ständig am Po kratzen, dann könnte man davon ausgehen, dass es unter Umständen entweder natürlich nicht gut gereinigt oder dass die Würmer da sind. Dann gibt es tatsächlich ein sensationelles Pflänzchen und ich bin begeistert von dieser Pflanze, weil das ist eine Pflanze, die wir normalerweise im Leben auch immer wieder konsumieren und gar nicht wissen, dass es diese Wirkung hat. Und zwar ist es die Möhre, also die Karotte. Die Karotte, die hat einen Stoff drin, der gegen diese Würmer wirkt und das Schöne ist, wenn wir natürlich in der Wildnis sind, dann finden wir nicht unsere Gartenkarotte, sondern wir finden die wilde Moorrübe. Und das ist natürlich genial, die ist übrigens jetzt gerade am Blühen und man könnte diese auch ernten und aus dieser Wurzel eine Suppe kochen und dementsprechend dann gegen Würmer vorgehen. Sehr spannend, John. Die wilde Möhre ist ein Doldenblüter, den erkennt ihr, der hat in den meisten Fällen in der Dolde, also so eine kreisrunde Blüte, eine weiße meistens und dort ist in der Mitte in vielen Fällen eine, wie sagt man, Scheininsekt. Genau, das heißt, da ist so ein schwarzer Punkt, also relativ mittig und die Blüten, die ziehen sich wie so Vogelnässer zusammen. Der Stängel ist behaart und wenn man die Wurzel aus der Erde zieht, dann riecht die tatsächlich wie eine Supermarktmöhre. Supermarktmöhre. Ja, absolut. Ja, also noch besser, also der Geschmack ist die Urmöhre überhaupt. Also die heutigen Möhren sind meiner Meinung nach nicht mehr so schmackhaft wie die ja früher. Ich weiss nicht aus welchem Grund, aber wenn ihr an so einer Möhre riecht, aus einer wilden Möhre, dann erkennt ihr das sofort, also an der Wurzel. Die Wurzel riecht voll nach Möhre und spannend ist der Name übrigens, die Moorrübe, das hat nichts mit dem Moor zu tun, wo es sumpfig ist, wo ein, sagen wir mal, so ein sumpfiges Gebiet, sondern Moorrübe, das Moor, das kommt von essbarer Wildpflanze. Das ist ein altes Wort und ist dementsprechend noch eine spannende Verknüpfung, dass man das schon früher natürlich auch so einsetzen könnte. Übrigens, aus dieser wilden Möhre wurde unsere Gartenkarotte gezüchtet, spannenderweise von einem Holländer, ich glaube 1700 irgendwas, keine Ahnung, aber der hat diese gezüchtet und lustigerweise ist ja auch orange unsere Gartenkarotte und die Holländer haben ja für ihr Land die Farbe orange. Vielleicht aus dem Zusammenhang, ich weiß es nicht, aber weil die wilde Möhre, die ist weiß, die kann man so nicht erkennen oder respektiv identifizieren, dass sie einfach eine orange Wurzel hat. Ah, spannend. Ja, die Möhre, ich liebe sie. Man merkt es, dein Enthusiasmus für diese Pflanze ist sehr ausgeprägt, aber sie ist ja auch wirklich wunderschön und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Doldenblütern, da kann man einiges verwechseln, aber wie gesagt, wenn ihr auf den behaarten Stängel achtet, auf dieses Scheininsekt, auf dieses Vogelnestartige Zusammenziehen der weiteren Blüten und dann eben an der Wurzel riecht, dann seid ihr ja relativ safe. Genau. Es gibt übrigens die moorsche Karotensuppe oder so, das ist ein Rezept, das findet ihr ja sicher auch im Internet und das ist aber mit der Gartenkarotte gemacht, auch gegen Würmer. Aha. Geniales Produkt, damit sie jetzt nicht raus in die Wildnis, könnt ihr auch eure eigenen Möhren vom Garten nehmen. Okay, vielen Dank. Gerne. Weiter geht's, Adlerfahnen, habt ihr bestimmt schon mal im Wald gesehen, es gibt ja so verschiedene Fahnen, ist ja ein eigenes Fachgebiet fast und bei den meisten Fahnen ist es so, da kommen mehrere Stängel aus der Erde raus, die sich dann zu den Seiten hin neigen und natürlich auch wie so ein typisches Fahnen aussehen, aber ein Fahnen, der sticht da besonders hervor, weil der eine komplett andere Optik hat und zwar hat der einen Stängel und an diesem einen Stängel, der senkrecht nach oben geht, gehen diese Wedel ab, die dann so zu den Seiten zeigen und hier hat man den Adlerfahnen und bei dem Adlerfahnen widerspricht sich die Fachliteratur ganz häufig, da gibt's nichts, was man jetzt irgendwie stichhaltig euch nennen könnte, aber es ist ganz interessant, es gibt ja Überlebenstrainer, die bilden aus, dass man Adlerfahnen essen kann, was ich jetzt auch nicht kritisieren möchte, das hat sicherlich schon seine Daseinsberechtigung in gewisser Weise, wenn die Dosierung stimmt. In vielen Fachbüchern liest man eben, dass in den Fahnen, in diesem Adlerfahnen, da ist ein Toxin drin, was noch nicht identifiziert ist und es gibt auch, hab ich mal gelesen, in einem alten Buch beschriebene Fälle von Weidevieh, was krepiert ist an dieser Pflanze, Pferde und so, die da unter schwersten Krämpfen gestorben sind nach dem Verzehr und überraschenderweise ist in manchen Teilen Europas der Adlerfahnen, also die jungen Triebe davon, die sind eine Delikatesse, die isst man, ja, also seid da ein bisschen vorsichtig, das möchte man auch jetzt nicht zur Diskussion hier antreiben, was aber wichtig ist, den Adlerfahnen, den kann man tatsächlich auch gegen Würmer einsetzen und das ist auch in der Vergangenheit ein anerkanntes Wurmmittel gewesen, da könnt ihr euch im Netz mal einlesen, wie man den anwendet, aber nochmal hier bitte unbedingt vorsichtig sein, weil im Zweifelsfall immer dem Kontra recht geben, also nicht verwenden die Pflanze, ja, oder vielleicht habt ihr auch einen Wissenspool, eine alte Kräuterfee oder jemanden Pflanzenkundigen, der eine andere Erfahrung gemacht hat, müsst ihr für euch wissen und dementsprechend handeln. Überraschend, lieber John, Rohrkolbenpollen, habe ich vorhin gelesen, bei Fleischhauer, kann man auch gegen Würmer einsetzen. Das ist spannend, der Rohrkolben ist auch so eine super Pflanze. Ja, das ist übrigens auch, gehört zu den Top Ten der Survival-Pflanzen, weil mit dieser Pflanze könnt ihr verschiedene Sachen machen, die hat ja auch eine Wurzel, die stärkhaltig ist, der John kann euch auch gleich ein bisschen nochmal über den Rohrkolben berichten, aber tatsächlich wurde leider in dem Buch nicht näher darauf eingegangen, wie man die Kolben, wie man die Pollen einsetzt, also wahrscheinlich isst man den dann so, denke ich mal, und dann scheint es wohl auch auf eine gewisse Weise wirksam zu sein oder nicht. Aber jetzt mal, John, ganz kurzer Abriss in zwei Sätzen, Rohrkolben, warum fasziniert er dich so? Rohrkolben, ja genau, also erstens mal, dass man ihn essen kann, er hat eine stärkehaltige, mehlartige Konsistenz in der Wurzel. Und das Tolle ist, wir haben das ja mal in einer, als wir da mit National Geographic unterwegs waren im Winter im Norden von Deutschland, hatten wir nichts zu essen und dann mussten wir oder durften wir den Rohrkolben ernten und dann haben wir in einem Teich, so einem, ja, hübschen Teich, so eine abgestorbene Pflanze gesehen und da haben die Wurzel ausgenommen und konnten uns so mit Stärke versehen. Das andere ist sensationell, diese Pollen, wie du jetzt das vorher gesagt hast, also vom Konsumieren her würde ich das mit sehr viel Wasser anmischen, weil die sind ja super flusig und trocken, also da würde man wahrscheinlich ersticken, wenn man da reinbeisst, also von dem her überlegen, wie man das konsumiert. Aber ich verwende ihn sehr gerne als Zundermaterial, wenn er ganz trocken ist, ist das mein Zundernest Nummer eins, wenn ich ein Feuer bohre, also wenn ich das mit dem Reibungsfeuer praktiziere, habe ich das sehr gerne und, um das abzuschliessen, gerade in kalten Jahreszeiten kann ich mit diesen Flusen, wenn die trocken sind oder sind sie meistens im Herbst und im Winter sowieso, kann ich meine Kleider aufwerten, ich kann die ausstopfen mit den Flusen und habe so wie eine Daunenjacke und dementsprechend natürlich wärmer. Ja, damit hat man ja früher, habe ich gelesen, teilweise auch Kissen und Bettdecken gestopft, wenn man jetzt irgendwie keine Gänse hatte und arm war und ja, das macht durchaus Sinn, weil das ja so hoch isolierend ist, dieser Pollen und ja, müssen wir mal ausprobieren, fühlt sich auch wirklich cool an. Was natürlich wichtig ist und zu beachten, der Rohrkolben ist an einigen Standorten auch geschützt oder vielleicht auch in verschiedenen Kantonen unterschiedlich. Deswegen, das ist wirklich eine Information für die Not, also wenn ihr in einer Notsituation seid, zur Wabelsituation, dürft ihr das natürlich konsumieren, respektive ernten. Ansonsten macht euch da schlau, wie es bei euch in der Gegend aussieht, nicht, dass ihr da dann mit dem, ja, Gericht irgendwann mal zu tun habt. Genau, ganz wichtige Information. John, die Fiecher, die krabbeln auf dem Kopf. Oh no. Läuse. Da gibt es eine tolle Pflanze, die findet man auch wild. Das ist ein Strauch mit einer ganz auffälligen Blütenform, der heißt Pfaffenhütchen. Und wenn man von dem Pfaffenhütchen die Samen verreibt und bringt die auf der Kopfhaut aus, dann hat man anscheinend eine Wirkung gegen Kopfläuse. Und das ist ja spannend, das ist auch wieder eine Kindergeschichte, oder? Ja, schon, weil Läuse unter Erwachsenen hat man ja selten, aber in der Schule gibt es ja immer noch. Das ist auch so ein Thema, bis dann mal totgeschwiegen wird, wenn das Kind Läuse hat. Aber das kann ja tatsächlich jedem Kind passieren. Und daher, Pfaffenhütchen müsst ihr mal anschauen, ist wirklich eine tolle Pflanze. Ist auch ein bisschen giftig natürlich. Ja, sollte man auf keinen Fall essen, ja. Ja, aber schön fürs Auge. Sehr, ja. Und auch sehr spannend, der Stängel, also das Holz sieht, ganz eigen aus. Wenn ihr mal am Waldrand spaziert und so ein Pfaffenhütchenstrauch seht, dann bewundert den mal, ein herrliches Teil. Habe ich übrigens schon mit Feuer gebohrt, sehr erfolgreich, auf Pfaffenhütchen als Bohrbrett verwendet. Ah, wirklich? Ja, hat gut funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Kommen wir mal zu den großen Tieren. Da gab es in der Vergangenheit ja viel Probleme. Viele Tiere dieser Art wurden ausgerottet in Europa. Gibt es nur noch an wenigen Standorten. Kommt mittlerweile wieder zurück. Ihr wisst alle, wovon ich spreche, vom Wolf. Den Wolf hat man früher mit einer Pflanze getötet. Und zwar mit einer starken Giftpflanze, dem Eisenhut, dem Wolfseisenhut. Der kommt ja ziemlich häufig vor. John, könntest du die Pflanze mal ein bisschen für uns beschreiben? Ja, es ist eigentlich, ich würde mal sagen, eher eine unscheinbare Pflanze. Je nach Standort. Genau, wenn er im Wald ist, bleibt er ein bisschen kleiner. Aber es ist ein Hahnenfussgewächs. Und die Hahnenfussgewächse, die haben ein typisches Blatt, das man mit dem Hahnenfuss assoziiert. Das ist ein bisschen gespreiztes Blatt. Das kann ich aber nicht so gut beschreiben, als wenn ihr das dann mal googelt oder nachschaut, in einem Buch. Und die Blüten, die sind so leicht gelblich und sehen aus wie ein Ritterhelm. Und man muss ja schon ein bisschen Fantasie haben, aber es ist tatsächlich so eine Form, wo man dann eben Eisenhut nannte. Und ja, die kann mal grösser, mal kleiner werden, Knie hoch bis aber dann auch grösser. Und wenn ihr in den Bergen oben seid, gerade in der Schweiz, habe ich schon entdeckt, dass es dort der blaue Eisenhut gibt. Also das ist so eine blau-lila Farbe und ist genauso zu verwenden. Also im Sinne von, das verwenden wir natürlich nicht mehr gegen Wölfe, aber ist genauso giftig. Was man dazu sagen muss, der blaue Eisenhut ist ja die giftigste Pflanze Europas. Da ist ja ein Gift drin, das Akonitin. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und das ist wirklich die höchste Konzentration. Davon steckt in der Knolle. Also stark wirksam. Und damit hat man eben früher Füchse, Wölfe etc. entweder geködert oder hat sie eben mit Pfeilen erlegt. Und wo dieses Gift aufgebracht war, und dann sind die ganz widerlich verendet, wenn die nicht an der eigentlichen Schusswunde schon verstorben sind. Und da hat man die damit gejagt. Das Gift muss aber immer frisch sein. Das ist ganz wichtig. Das darf nicht trocknen. Und da musste man eben so tief in die Trickkiste greifen, was wir jetzt natürlich hier nicht erörtern. Aber da gibt es Möglichkeiten, wie man tatsächlich das Gift effektiv in den Tierkörper bringt. Aber müssen wir ja nicht mehr und sollen wir auch nicht mehr. Genau. Ja, ich glaube, das ist sowieso ein Politikum mit den Wölfen. Und ganz klar, wenn man betroffen ist mit irgendwelchen Weidevieh, das attackiert wird von Wölfen, dann ist das natürlich ärgerlich. Und gleichzeitig gehört er aber als Regulationstier für unsere Flora und Fauna in unsere Breiten geraten. Und deswegen, würde ich mal sagen, schwieriges Thema, aber vergiften sollte man ihn auf keinen Fall. Ja. Jetzt kommen wir mal in den Kleinstlebewesen-Bereich, der auch sehr spannend ist, teilweise positiv für uns, teilweise auch extrem negativ. Viren und Bakterien plagen die Menschheit ja schon seit ewig. Ja, ja, die waren vor uns da. Wir haben ja mehr Bakterien auf unserem Körper und in unserem Körper als Zellen, menschliche Zellen. Das ist wirklich eine Symbiose. Aber wenn die einen oder anderen Bakterien halt mehr oder am falschen Ort sind, dann gibt es tatsächlich Probleme. Und die können wir mit auch dem einen oder anderen Pflänzchen ein bisschen im Schach halten. Da kommt im Frühjahr eine Pflanze, die schmeckt extrem bitter, wirklich noch schlimmer als Chicory. Die ist ganz unscheinbar die kriechende Günsel. John, erzähl mal von dieser Pflanze. Ja, der kriechende Günsel ist eine kleine kriechende, wie der Name schon sagt, kriechende Pflanze. Und wenn sie dann aufstängelt, dann gibt es so schöne, ich sag mal, blau-violette Blüten. Und der ist, wie du gesagt hast, sehr bitter. Ich verwende den, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Wunden habe, die eitern, dann kann man den kriechenden Günsel sehr gut verwenden, um die bakterielle Infektion zu heilen, sag ich mal. Ja, also es gibt verschiedene Beschreibungen, dass man den Günsel innerlich als auch äußerlich anwenden kann. Man kann ihn auch tatsächlich essen. Durch die Bitterstoffe ist das eine ziemlich gute Nahrungsergänzung im Salat, weil Bitterstoffe regeln ja den natürlichen Hunger. Und die Pflanze ist auch schön, wenn ihr euch die anschaut. Also erst mal die Blüten, die da John beschrieben hat, ist, glaube ich, ein Lippenblüter, so sagt man dazu. Und wenn man von oben auf die Pflanze schaut, der hat ja einen viereckigen Stängel, also vierkantig. Und da sind die Blätter immer, zwei Blätter sind, sag ich mal, nach oben und unten angeordnet. In der nächsten Etage dann von links nach rechts, dann wieder oben und unten, links nach rechts. Also ist einfach zu identifizieren, ist wirklich im Frühjahr auch die einzige Pflanze, die wirklich so aussieht, ist fast verwechslungsresistent. Und lohnt sich unbedingt, auszuprobieren, um mal reinzubeißen. Ja, genau. Den Bittererfahrungswert zu machen. Ja, und da gibt es ja eine Pflanze, die sehr ähnlich, in Anführungszeichen, aussieht. Und ich hatte lange Zeit Mühe, diese auseinanderzuhalten. Und zwar ist das die kleine Braunelle. Und das ist ja die Top-Pflanze, was antibakteriell und vor allem antiviral zu verwenden ist. Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, dass erstens mal der Günzel viel früher kommt und die Braunelle viel später im Jahr. Und als ich dann das mal herausgefunden hatte, dann konnte ich eindeutig noch auch die Pflanzen auseinanderhalten, weil die wirklich auch anders aussehen. Aber das wäre auch eine Pflanze, die sogar in China gegen Aids und gegen Krebs eingesetzt wird. Also eine supertolle Pflanze gegen Bakterien und Viren. Anscheinend zeigen das neueste Forschungen, dass wirkt diese Pflanze sehr effektiv gegen Herpesviren. Ja, das ist auch verbreitet. Ja, sehr verbreitet. Sensationell empfindet ihr fast jede Wiese. Also das ist eine kleine, kleine, kleine Braunelle. Genau. Gibt es übrigens auch im Buch von Guido Fleischhauer. Da seht ihr immer eine tolle Pflanzenbeschreibung, ein Bild, wo die vorkommt, Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Alles dazu, wie gesagt, in den Shownotes. Da gibt es auch noch eine Gewürzpflanze, John. Die wächst auf Trockenwiesen, so ziemlich trockenen Standorten, den Feldthymian, der wilden Thymian. Genau. Und Thymian ist ebenfalls ein sehr gutes Lungenmittel. Also wenn man mal Erkältung hat, Husten und so, könnte man durchaus einen Thymian-Tee trinken oder Thymian inhalieren, wenn man da so einen Dampfaufguss macht. Eine sensationelle Pflanze. Ihr seht, im Orbit der Pflanzen gibt es eine Menge, was man nutzen kann und verwenden kann. Man muss es halt wissen, sich ja identifizieren und so weiter und so fort. Und wer sich da nicht sicher ist, dem empfehlen wir, ein bisschen Eigenwerbung muss sein, natürlich einen Pflanzenkurs bei uns zu besuchen, eine Kräuterwanderung oder ein Survival-Training. Mehr dazu findet ihr unter www.swiss-survival-training.com oder unter www.larskonarek.de. Wir bieten verschiedene Arten von Kräuterwanderung an. Der John geht noch ein bisschen in die Tiefe. Der macht die Kräuterwanderung in Jahreszeiten bezogen. Bei mir gibt es immer nur eine oder zwei im Frühjahr. Aber wenn euch das Thema interessiert, würde uns freuen, euch bei der Kräuterwanderung kennenzulernen. Genau. Gerne würden wir euch das grüne Volk ein bisschen näher bringen. Ja, das Pflanzenvolk. Genau. Ja, ja, das ist nicht immer das Menschen. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr auch diesmal wieder zugeschaltet habt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wärt. und wenn ihr irgendeine Frage habt oder ein Thema, das euch interessiert, was Lars und ich besprechen könnten, dann schreibt uns doch. Wir werdet über die Webseiten auch unsere Kontakte finden. Wir freuen uns über irgendwelche Feedbacks und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Bush Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. .